The Caribbean Embassy, das Karibit Portal präsentiert im Rahmen der Serie Karibische Barschule die Zubereitung des Caribbean Passion, ein einzigartig bruchtig, nussiger Signature Cocktail mit dem gewissen Port Wine Kick. Viel Spaß beim Zuschauen und selber ausprobieren. Der Caribbean Passion, ein Signature Cocktail, in dem ganz viel Karibische Leidenschaft steckt. Wir nehmen einfach den Portkey Schicker und füllen ihn mit Rücken mit Eis. Hauptzutat ist unser Hibiskostrum, ich brauche etwas Aureat Mandelsirup, Frangelico, ein Haselnusslikör und für das Topping dann ein Port Wine. Wir starten mit 4 CL von unserem Hibiskostrum, 1 CL Aureat bzw. Mandelsirup, 1 CL Haselnuss, Mikör, Frangelico und als Pfill dient hier Mar-Kuja-Saft. Das Ganze dann ins Glas. Als Topping ein Dash dunkler Bordwein, ein Garnitur und fertig ist die Karibische Leidenschaft, der Caribbean Passion. Sehr zum Wohl. Salud!